Sankt Marx ist ein Teil des dritten Wiener Gemeindebezirkslandstraße. Hier befand sich ab dem 13. Jahrhundert ein Krankenhaus, dessen dem heiligen Markus geweihte Kapelle später für die Gegend namensgebend war. Von 1846 bis Ende des 20. Jahrhunderts war Sankt Marx vor allem für sein Schlachthaus und den Wiener Zentralwiemarkt bekannt. Heute ist der Stadtteil ein wichtiges innerstädtisches Entwicklungsgebiet. Geschichte Ein Siechenhaus vor den Toren Wiens im Mittelalter war es üblich, außerhalb großer Städte und Ortschaften sogenannte Siechenhäuser zu errichten. Um zu verhindern, dass infektiöse Reisende eine schwere Krankheit wie etwa die Pest und somit potenziell den Tod in die Stadt bringen. So entstand im 13. Jahrhundert weit vor den Toren Wiens ein solches Siechenhaus. In der Nähe der heutigen Kreuzung Rennweg und Landstraße Hauptstraße. Das vom Lazarus-Orden geleitete Haus erhielt im 14. Jahrhundert eine Kapelle, die dem heiligen Markus geweiht war. Im Laufe der Jahrhunderte änderte sich die Bezeichnung des Krankenhauses. Das im Zuge der Wiener Türkenbelagerungen zweimal zerstört und wieder aufgebaut wurde, von Siechenhaus Sankt Lazar über Bürgerspital Sankt. Marx zu Sankt Marxer Spital bis schließlich im 18. Jahrhundert die Gegend um das Krankenhaus den Namen Sankt Marx trug. Der 1704 errichtete Linienwall bewährte sich bereits nach wenigen Monaten als ein von rund 4000 Kurzen versuchter Angriff auf Wien bei Sankt. Marx abgewehrt werden konnte. Der Wall diente über das als Steuergrenze und an den Verzehrungssteuerlinienämter genannten Mautstellen, so auch bei der Sankt. Marxer Linie wurde die Einfuhr und Versteuerung von Lebensmitteln geregelt. 1784 wurde außerhalb des Linienwalls der Sankt Marxer Friedhof angelegt. Im selben Jahr wurden die Patienten des innerhalb der Linien gelegenen Bürgerspitals in das neu errichtete Allgemeine Krankenhaus im Alsagrund verlegt. 1785 wurde die Anstalt in das Versorgungshaus Sankt Marx für arme und alte Personen umgewandelt. Der 1803 eröffnete Wiener Neustädter Kanal trennte den Sankt Marxer Friedhof vom Linientor und dem restlichen Sankt. Marx wurde aber außerhalb des Linienwalls von einer Brücke überspannt. Das Linienamt deinte seine Agenten nun auch auf die Kanalschifffahrt aus. Bereits seit dem 14. Jahrhundert befand sich hier auch ein Brauhaus, das Mitte des 19. Jahrhunderts von Adolf Ignatz Mautner gepachtet wurde. Nach der Schließung des Versorgungshauses im Jahr 1861 kaufte Mautner den gesamten Gebäudekomplex und erweiterte seine Brauerei Sankt Marx. Eine bekannte von ihm produzierte Biermarke war das Sankt Marxer Abzug Bier. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Anlage stillgelegt, da sich Mautner mit Anton Dreher und dessen Brauerei Schwächer zusammenschloss. Die Gebäude wurden danach als Wohnungen genutzt, mussten aber nach dem Zweiten Weltkrieg abgerissen werden. In den 1950er Jahren wurde an dieser Stelle ein Gemeindebau errichtet, der sogenannte Madasberger Hof. Josef Madasberger, der als Erfinder der Nähmaschine gilt, verbrachte seinen Lebensabend im Versorgungshaus Sankt Marx und wurde wie Wolfgang Amadeus Mozart in einem Schachtgrab am Sankt Marxer Friedhof beerdigt. Neben dem Eingang des Madasberger Hofes in der Landstraße Hauptstraße ist eine vom Grafiker Victor Theodors Lämme als Relief gestaltete Gedenktafel angebracht. Die Madasberger und das ehemalige Versorgungshaus zeigt der zentrale Wiemarkt Sankt Marx Hauptartikel Wiener Zentralwiemarkt. Ende des 18. Jahrhunderts etablierte sich zwischen dem Sankt Marxer Versorgungshaus und dem Linienwall ein Rindermarkt, der davor am sogenannten Ochsengrieß vor dem Stubentor abgehalten wurde. 1846 wurde in Sankt Marx mit dem Bau des Schlachthofs Sankt Marx begonnen. Da sich Teile des vorgesehenen Areals außerhalb des Linienwalls befanden, musste dieser teilweise abgetragen und nach außen versetzt wieder neu aufgebaut werden. 1872 wurde durch die Errichtung einer eigenen Schlachthausbahn die Transportinfrastruktur erheblich verbessert. Somit war auch bald eine Vergrößerung der Anlage nötig. 1877 wurde der Ausbau und teilweise auch Neubau des Wiener Zentralschlachtviehmarktes beschlossen. In dieser Phase entstand auch die Rinderhalle, die als die erste Schmiedeeisenkonstruktion Wiens gilt. In den folgenden Jahrzehnten wurde der Schlachthof mehrmals erweitert und erreichte in der Zwischenkriegszeit den Höhepunkt seiner Bedeutung für die Fleischversorgung von Wien. Bald war der Name Sankt Marx ein Synonym für den großen Schlachthof im Südosten des drei Bezirks. Da die Anlage in den 1960er Jahren nicht mehr modernen Standards entsprach und aufgrund der räumlichen Trennung der verschiedenen Einzelschlachthöfe nicht die nötigen zentralen Strukturen hatte, wurde von der Stadtverwaltung ein Neubau beschlossen. Von 1968 bis 1975 wurde das Fleischzentrum Sankt Marx errichtet. Der mittlerweile aufgelassene Auslandsschlachthof diente 1975 und 1976 als Veranstaltungsort der Festwochen-Arena im Rahmen der Wiener Festwochen. Nach den Veranstaltungen im Juni 1976 sollten die Gebäude abgerissen werden, woraufhin eine rund dreimonatige Besetzung des Geländes erfolgte. Der Abriss erfolgte dennoch seitens der Stadt Wien, wurde aber als Alternative der ehemalige Inlandsschlachthof zur Verfügung gestellt. Der auch heute noch als Veranstaltungsort Arena genutzt wird. Ende der 1990er Jahre wurde das Fleischzentrum stillgelegt und mit Überlegungen über die Nachnutzung des Areals begonnen. Einzig das Zerlegezentrum des Inlandsschlachthofs blieb bis zu seiner Verlegung in das neue Fleischzentrum am Großmarkt Wien in Inzersdorf im Dezember 2007 in Betrieb. Im Juni 2008 wurde der alte Schlachthof noch einmal im Zuge der Fußball-Europameisterschaft als Bereitstellungsraum für die Sanitätseinheiten des Bayerischen Roten Kreuzes benutzt. Diese waren über drei Wochen im alten Verwaltungstrakt zur Unterstützung des österreichischen Roten Kreuzes stationiert. Die von steinernen Stieren flankierte Toranlage, die Rinderhalle sowie vier weitere Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Von 2006 bis 2008 wurde die Rinderhalle saniert. Vorgesehen ist die Nutzung als Konzerthalle für 3000 bis 6000 Besucher. Aktuelle und künftige Entwicklungen Bereits in den 1970er Jahren haben sich nach dem Neubau des Fleischzentrums Sankt Marx und den damit freigewordenen Flächen einige Betriebe in der Gegend angesiedelt. Nach der Stilllegung des Großteils des Fleischzentrums Ende der 1990er Jahre gibt es seitherige Planungs- und Bauarbeiten zur Nachnutzung des Areals. Das markanteste Beispiel moderner Architektur in Sankt Marx ist wohl das 2004 auf dem Gelände der ehemaligen Entstelle der Schlachthausbahn errichtete Bürogebäude T-Center. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich der Campus Vienna Bio Center, der 2011 um das Büro- und Laborgebäude Marx-Box erweitert wurde. Am Carré-Sankt Marx einem lange Zeit brachliegenden, an die Grünzone, Stadtwildnis angrenzenden Gelände zwischen Schlachthausgasse, Wiemarktgasse und Henneberggasse werden seit Mitte 2008 über 400 Wohnungen sowie Büros und infrastrukturelle Einrichtungen errichtet. Das Media Quarter Marx nutzt das denkmalgeschützte ehemalige Verwaltungsgebäude des Wiemarktes sowie ein 2011 an der Henneberggasse errichtetes Gebäude. Das Fernsehstudios, Büros und Räume für Regie und Post-Production beinhaltet. Pläne des ORF, seine Studios am Rosenhügel zu verkaufen und in das Media Quarter zu verlegen, wurden 2014 wieder verworfen. Seit 2010 wird auch der Name Neu Marx für dieses neu entstandene und sich noch weiterentwickelnde Areal verwendet. Aber auch in der näheren Umgebung von Sankt Marx finden sich innerstädtische Entwicklungsgebiete, wie die Business-Stadt Town Down nordöstlich von Sankt Marx oder die Aspengründe im Westen. Aufgrund des zu erwartenden Anstiegs an Wohnungseinheiten und Arbeitsplätzen in der Gegend wird als eine Variante der südlichen Verlängerung der U-Bahnlinie U2 eine Streckenführung bis zum Kreuzungsbereich Rennweg und Landstraße Hauptstraße mit einer Station nahe der Schnellbahnstation Sankt Marx erwogen.